Willkommen zurück zu Yoshi's Island, auch bekannt als die lustigen Abenteuer mit dem Dino und dem Baby. 4-8. Das Schloss der vierten Welt. Super Coopas Schloss. Oh ja, das war von Taktik geprägt, aber wollen wir uns mal anschauen. Ich hab's gerne gespielt, auch wenn es kompliziert und nicht mehr ganz so einfach war. Gucken wir mal. Die erste Blumen bekommen wir so. Aber dann... Aber dann... Hey, es hat noch gereicht. Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh. Gut. Okay. Tschüss mal an Blumen 2. Das geht ja wie um Schnürchen. Es gibt ja einige sehr schwerwiegende schlimme Verstecke. Ganz böse Verstecke. Na du. Und... Wir gehen langsam... Ne, ich hab noch zwei Eier. Der Boss ist natürlich überragend. Gut. Jetzt muss ich schon mal ein bisschen gucken, wo führt was hin. Wir könnten hier unten lang gehen. Wir könnten auch oben bleiben. Mal schauen, was es da noch alles gibt. Das war leider die falsche Richtung, aber macht nix. Koopas, 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 Koopas. Der, ihre Panzer brauchen wir. Oh, da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang. Den Panzer könnten wir hier einsetzen schon mal. So. One up. Toll. Wir könnten da oben lang. Wir könnten hier runterspringen. Wir könnten... Okay, es gibt Millionen Wege. Das ist... Jetzt kommen wir nicht mehr so einfach hoch. Na gut. Gehen wir mal hier lang. Okay, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an die Sachen hier. Also, wir müssen uns halt... Ja, da müssen wir auch noch mal hin. Wir müssen uns ständig umschauen bei jedem Krimskrams. Hey, der wird's geil. Mein Gott, gibt's viele Wege irgendwie. Sieht noch recht verwirrend da aus. Ich muss mich da noch mal ganz kurz reinfinden, wie das denn war. Jetzt müssen wir irgendwie zurückkommen. Ja, jetzt sind wir da. Also, mein Vorschlag wäre, wir gehen erstmal hier hoch. Denn hier oben gab's ein Secret. Kaum wahrzunehmen, aber... Hier. Na, ihr König Puschels! Das war eine schöne Burg. Ich muss sagen, die Burgen sind immer recht gut, äh... Ideen voll gemacht. Auch bei Big Puschel. Erinnert euch, die Sache mit den... Vier Schlüssel. So, und das war jetzt alles für eine rote Münze, ja? Ja gut, aber wer diesen Pixel nicht sieht nach oben, der hat am Ende... Der guckt am Ende blöd, weil ihm eine rote Münze fehlt. Ich versuche mal das Ganze ohne... Lupe zu... Meistern. Okay, hier müssen wir am Ende lang. Und hier könnten wir auch lang. Da ist ein Panzer gefragt. Jetzt muss ich wieder nach da oben. Hm. Okay, dann gehen wir hier kurz nach oben. Und wir müssen auch links in diesen Bereich rein. Ich weiß auch schon, glaube ich, wie wir da am besten hinkommen. Aber zuerst würde ich... Ich mache zuerst das da unten. Ich will es einfach. Wahrscheinlich kommt da nur ein Leben. Oh. Okay. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, wir lösen das da mit dem Flutterflug. Hm. Wir müssen ja sowieso hierher zurück, weil da oben ist ja noch eine Tür mit einem Schlüssel. Ah, jetzt sind wir hier und bekommen den Schlüssel. Interesting. Da sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Aber noch nicht weit genug. Auch diese Blume hier. Also da gibt es noch einige Secrets. Dazu müssen wir links darunter. Wo dieser Geister-Shy-Guy seine Keule geschwungen hat. Oh mein Gott. No Eier anymore. Komm her. Hallo. So macht sich einfach mal an die Lava, natürlich. Koopas in Feinrib-Unterwäsche brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Deswegen weiter im Text. Dunkelblauer Yoshi-Fordelman. Jetzt können wir wieder in den Bereich gehen, wo wir schon waren. Aber wer will das schon? Oh ja, doppelt unendliche Eier. Tschüss Mann, tschüss Mann, tschüss Mann. Du und... Da auch noch? Yay! Was guckst du? Es geht links lang, es geht rechts lang. Wo geht's denn? Ich weiß nicht. Da gab's Taktiken, da gab's alles. Ich weiß aber nicht mal, wie und wo und warum. Jetzt haben wir schon wieder was zugemacht. Uiuiui, mach mal kein Steißen. Hier scheint nix zu sein so. Ach dann, fuck off und sammel die Münzen ein. Wo geht's denn hier lang? Ah, jetzt, ja, eine Insel. Gut, das geht ja. Da hält sich das Gerätsel ja noch in Grenzen. Tuff, tuff. All right. Sonst war hier nix, oder? Können unsere Eier nochmal auffüllen. Oh klar, warum nicht? Naja. So. Die Blumen noch einsacken. Yild. Ansonsten hätten wir das. Oder ich muss mich nochmal ganz kurz umschauen. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Was ist denn da rechts? Da waren wir, da rechts. Aber was war denn da? Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Nee. Bin ich froh, ey. Bin ich froh. Gut, wir hätten mit den Eiern versuchen können, die Stacheln wegzumachen, aber hallo. Okay, und hier geht's weiter. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Komm. Weiter geht's. Wir haben... Ja, gut. Sieht schon ganz akzeptabel aus. Wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Aha. Lucky two. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich dich mal kurz auffreiße. Danke. Ich hab die Wolke. Yay. Meine Güte. Der nervt hier. Den können wir hier gar nicht gebrauchen. Mal sammeln alles ein. Alle roten Münzen. Cool. Noch zwei Blumen. Ach du Heiliger. Da schau ich mich gerne nochmal um. Ein zweites Mal. Oh Gott. Ich habe Bedenken. Ach ja. Wenn man schon nicht denken kann, dann hat man wenigstens mal Bedenken. Okay. Ja. Das war überflüssig, das Bedenken. Ach komm, mach hier Alarm. Na gut. Sinnfrei sollte man hier auch keinen Alarm machen. Warum halten die Eier so lange durch? Ähm. Warst du mein letztes Eier? Aber man kann doch mal zurück. Okay. Trabben. Trabben. Und wenn nicht, hätte ich auch die vollen Eier benutzt. Aus dem Inventar. Äh. Kann man das so. Oh. What the F? Ein Stern. Der keine Namen trägt. Wir haben keine Zehner mehr. Wir müssen 20er benutzen. Gut. Aber dafür sind wir gerüstet für Cooper. Den wir jetzt auch auf einen Heap packen müssen. Denn ich habe keinen Sternkreis gesehen. Aber da kommt der noch. Epischer Weg. Okay, cool. Ach, da hätten wir das Ding auch nicht benutzen müssen. Verdammt. Nebel. Wir sind ein hellblauer Yoshi gewesen. Gut. Dann ist es aber jetzt. Das reicht jetzt aber. Wo bist denn mein Gude? Der Cooper vom Dienst. Sag mal, wir haben gar keine Eier. Die brauchen wir doch so dringend. Mit diesem Bosskampf. Lucifer Cooper, attack im Mikrofon stärk. Du bist, du bist schließlich kein Unfaller. Tipps vor Loops. Ausgabe 3. Oh mein Gott. So viel größer ist es gar nicht geworden, ne? Achso, wir können ihn ja. Er spuckt Yoshi-Eier aus. Warum auch immer. Wir müssen ihn halt. Wow. Immer gut treffen. Ein netter Bosskampf. Fuck you damn it. Der ist, äh, unbrechbarer als ich dachte. Also ich kenne nicht mehr so gut. Wie Anu da nochmals. Ah. Oh, das muss sitzen. Sitzt. Treffer Nummer 2. Komm, bitte weich mal aus, Yoshi. Yoshi-Kopfi. Okay, nice. Geht mal wieder. Oh, das kann nicht auch sein. Warum zum Geier? Warum? Kannst du, Arschmier, das mal erklären? Wurde ich jetzt verletzt. Jetzt schon wieder. Romisch. Naja. Er rennt. Wie ein Spaten. Abwarten, du Klopp-Sparten. Ich kann die Art knicken wie Pappkarten. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Jey, nehmt ihn. Nehmt ihn, die Nervensäge. Endlich ein Problem weniger. Verdammter Mist, warum wurde ich getroffen? Es hätte so schön klappen können. Hellblau. Vorrufen. Vorrufen. Ähm, komm zur Sache, mein gepanzerter Freund. So, legen wir los, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. So. Gut, dann können wir auch auf den Panzer drauf, statt auf den... Aufs Maul. Aufs Maul, Alter. So, hallo. Zack, zack, zack. Hör, tschger, tschger. Tschger, tschger. 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 Hör, boom. Oh, tschüss, Mann. Wenn das mir mal nicht Magenschmerzen gibt. Naja. So, nochmal das Ganze. Tschuk, 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 tschuk. Ach du fackt gefuckte! Mann, oh Mann! Scheiß Steuerkreuz bewegt sich nicht, ey! Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich! Und ich hasse dich! Mann! Mann! Komm, ich fress dich! Mann, ey! Mann, oh 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 Mann! So, hier war Spaß! Hier, nimm und mach doch Schumacke! So ein Blödkack. Mann, ey. Es ist, äh, die Koalitionsabfrage ist ein bisschen ungenau. An der Grenze, wo man sagen würde, das ist eine Art, ein Bug ist zu viel, aber schon, äh, schlecht koordiniert. Koalitionsabfrage, hab ich schon gesagt. Ah! Haben wir auch eine extreme Version gesehen in Sonic 2, dem letzten Bosskampf, der ist ja, der ist verbuggt, dadurch, dass die Koalitionsabfrage so im Arsch war. Aber Sonic 2 hat jetzt hier mit dem Super Koopa nicht viel zu tun. Duft, 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 duft. So. Hier, so. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Meine Herren. Ist doch nicht so schwer. Und hier, bam, bam, bam. So. Jetzt gehen wir ganz nach links und warten, bis der antanzt. Kommt aber nicht ganz zu uns. So, gehen wir auf die andere Seite. Holen wir uns wieder Eier. So. Bam, 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 bam. So. Wenn wir das haben, gerade noch mal der Schmarrn. Schmeißen dich um, du kleine Gewichtsverlust-Fuzzi. Gewichtsverlust? Naja, Gewichtsverlust ist was anderes. Gleichgewichtsverlust. Ist ja fast dasselbe. So, und das Ganze noch am dritten Mal. Und dann haben wir es auch. So. Du könntest... Was ist mit dem los hier? Arschbombe oder was? Eine Herren. So, und das ist der Treffer. Und ja, mehr ist es auch nicht. Wir zerstampfen den riesigen Panzer. Fein-Rib-Unterwäsche. Oh, ist das ein Epic? Jetzt habe ich schon wieder Schills, dass es nicht klappt in Sachen, äh, Zeit. Wenn nicht, dann schneide ich irgendwo dazwischen ein bisschen was raus. Oder wir machen hier Pause. Ja. Würde schon sagen. Also Leute, bis zum nächsten Mal und ciao. Glaskin' Und wir si bis zum nächsten Mal. E 혹시 bers